sagen wir mal versuchen hier zurückzukommen ohne dass die spielverderber da und strich durch die rechnung machen mal noch foto von dir so jetzt kann er ja ruhig kommen sollte trotzdem kein problem sein so wen haben wir denn hier noch wieder drin hier sieht es auch wieder aus als wird irgendjemand in den ecken war da ist er ja schon gut dann gucken uns noch mal ganz vernünftig oben bin dahinten schon einer auf uns wartet so nett macht die tue zu mit den leuten wollen nichts mehr zu tun haben das war ja schrecklich aber das lag einfach nur daran dass er da so eine ecke fest war und deshalb rum genervt hat so du stehst sowieso wieder auf jetzt nicht mehr so nachrichten sind mir jetzt gerade so egal ich gehe mal so schon mal so gucken komme ich hier rein ja ich komme da rein das ist aber bestimmt nicht toll da drinnen wird dann gucken wir erst die nachrichten wain liss loralee posteingang absender rick mendoza ja was hatte er vor kaum zu glauben dieser kartreide was für ein achschloch naja ist boss vorerst egal hast du meine helix irgendwo gesehen ich habe das geheimnis unten drauf geschrieben sagt mich halt wenn du sie finde ist absender bayern kartreide beschäftigter typ was hast du hast es nicht zu unseren kleinen mitten geschafft schön sorg dich nicht wegen den wegen der gewächshaus inspektion erledige stattdessen diese kleine aufgabe stelle ein budget für übernächstes jahr zusammen bis heute abend wir werden angegriffen es gibt der tote der ausbereich die ist isolierte mit armbändern die wir haben können wir die brücke nicht benutzen wo steckt versteckt sich dieser dreck sagt kartreide gewächs 43 dreht durch im gewächshaus ist der teufel los wir müssen da jemand rein geschicken bevor es zu spät ist wie halten wir das ding auf du musst uns helfen bitte antworten erinnerst du dich an zu sie die giliterin ein tolles mädchen wir waren beide total verschossen in sie sie wollte natürlich nichts von nerd ich muss dir noch die comics und spiele zurückgeben musste ich aber gedulden ja schön dass wir das gelesen haben ja ganz schlichte sicht hier ne wer hat den gefrierschrank aufgelassen du der wird ja wohl eingefroren sein na gut gucken wir mal was passiert wenn wir hier jetzt spaß machen haben nichts dafür gut muss ja gemacht werden ich kann mich ja nicht immer hier ne ich hoffe ich muss jetzt nichts machen ja ja das sieht gut aus und kraut vernichter es passiert doch irgendwas schlimm ist hör doch auf das kann noch nicht so einfach gewesen sein hier durch diese tür kommt jetzt der dicke da durch eine andere tür schnell rennen bevor die mitkriegen dass ich hier bin jetzt kommt schon wieder so musik das gefällt mir gar nicht was zum was will er denn jetzt hier schackel dich ab und deine freunde auch also halt die schnauze ich will mich du vorher nämlich irgendjemand mir schaden zufügt muss ich unbedingt speichern sonst muss ich diesen mist von ihr wisst schon was noch mal machen gott sei dank doch so einmal kurz unterbrechen hier hier und hier 1 2 3 4 ja gut ihr habt nichts gesehen alles in ordnung wo müssen wir jetzt weiter wir können jetzt das ding entfrieren wo machen wir das hier ja äh ja moment war das nicht hier war das nicht hier nee ist hier das erste ding ist jetzt bin ich verwirrt ich müsste doch eigentlich jetzt hier durch oder nicht jawohl ha das ist doch sehr nicht dass ich da dran gehe okay das war klar das war klar hallo hallo was zu moment ich kann auf die dinger schießen ah das hätte ich vorher wissen müssen ich trottel aber ich kriege mein messer wieder das ist auch was schönes so der müsste ja gebrutzelt sein jetzt bereue ich schon dass ich das benutzt habe und jetzt bin ich mal gespannt was passiert wenn ich das hier eingebe oh oh lösung wird zerstört mhm 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 das hat doch sicherlich nen Haken jetzt Warnung sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Eilung zerstört k ihre Taten wurden aufgezeichnet und sie müssen sich äckern mit dem den 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 der chip bestimmt gleich jetzt auch oder der chip kombiniert führungspersonal ok ach du meine güte wo soll ich denn hin kann ich hier rein hier kann ich auch nicht rüber was mache ich denn jetzt ich kann nur in den kopf schießen und ich bin recht tot scheißen scheiße 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 so ein bisschen heilung wäre auch mal was schönes gewesen aber nee warum auch warum soll ich auch heilung bekommen das wäre zu viel verlangt mann und mann zumindest kann ich hier nochmals speichern bevor ich gleich zugrunde gehe so muss ich jetzt hin jetzt muss ich oh gott oh gott oh gott oh gott ich will nicht bei dem mann sein der ist gemein und ich bin gleich tot tot wie tot hier schnell beeilung mister x oder wie er heißt gleich da kommt und uns noch mal haut obwohl ich ihn in seinen kopf geschossen habe aber es hat nur mit der einen waffe was gebracht die ich jetzt natürlich nicht dabei hatte ja gut eine videokassette und eine granate ich habe die befürchtung dass der noch mal kommt und wir dann ganz tot sind tot 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 das wäre nicht so schön ja blaue pflanze haben wir ganz toll die könnt ihr euch sonst wohin stecken jetzt mal ganz ehrlich was soll ich denn mit einer blauen pflanze ich war noch nie vergiftet na gut versuchen wir erst mal mit oss nicht darin benutzen sondern untersuchen komische methode hier so man es machen aber keine ahnung ich kann mich auch nicht mit strom aus also kann ja ruhig alles sein und ich will den dann noch mal schieße ich sogar einmal drauf jutsch haben wir ja noch irgendwas william berkins post eingegangen jane dole forschung an g wird eingestellt die umbrella corporation hat entschieden alle forschung an g einzustellen die im nest labor stattfanden sämtliche gelder für die projekte werden gestrichen und der laborleiter william berkin wird seines postens erbohm absehender BI kann auch wie es ist vielen dank für die e mail dr berkin sie die leitung interessiert sich sehr für diese sich entwickelnde bio waffe sorgen sie sich nicht um die kosten unser unternehmen ist das bestfinanzierte des landes richard kessler glückwunsch wie ich hörte ist die beinahe bereit sehr gut komisch nur dass sie nie an das labor hier in der umbrella zentrale meldeten aber darüber kann ich ihn wegsehen also schicken sie doch die daten rüber wären sie so nett und keine sorge sie haben mit g gute arbeit geleistet aber ab jetzt übernehmen wir und wieder jane abmahnungsbescheid sie werden der vertragsverletzung gegenüber der umbrella kochbarischen verdächtigt es wird fest es wurde festgestellt dass sie sich der dass sich die eigentümerschaft für das g projekt beanspruchen und unautorisierten kontakt mit dem us militär hatten bitte in da antworten sie innerhalb von 24 stunden auf die forderung des komitees wieso kann ich eigentlich nicht mehr vorlesen ist ja traurig so heilung wäre jetzt mal ganz geil ich glaube das habe ich so oft schon in diesem spiel gesagt dass das schon wieder nicht witzig ist sondern traurige einfach traurig naja zumindest das haben wir wieder und ist das eigentlich irgendwie soll das eigentlich witzig sein da die ganzen dinger finde das nicht witzig ich bin empört so kann ich hier was drücken nein du 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 ii was ist das denn ein ekliger arm und keine ahnung was das alles ist ist das jetzt ein witz oder so ich möchte heilung haben freunde wie soll ich denn ohne heilung überleben wir haben wir immer ein rotes kraut ich brauche grünes kraut grün hier schönes aquarium ist äh schussfest ich kriege echt keine heilung also kein problem ich schaff das auch ohne wer braucht schon heilung oder habe ich die jetzt übersehen oder bin ich jetzt blöd oder so ich hab keine ahnung ich hab keine ahnung ich habe keine ahnung blöds blöds Vielen Dank.